Haltungskorrekturgurt PT0201 Der Gurt wird so angelegt, dass der Verschluss mit dem kleinen weißen Schild nach oben zeigt. Legen Sie zuerst die Schultergurte an. Überkreuzen Sie dann die Riemen am Rücken, ziehen Sie sie so weit wie möglich zur Seite und verschließen Sie sie dann vor dem Bauch. Die Weite lässt sich einfach mit den Klettverschlüssen verstellen. Tragen Sie den Haltungskorrekturgurt 15 bis 20 Minuten pro Tag und steigern Sie die Tragezeit langsam bis auf 2 bis 3 Stunden pro Tag. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!